Zehn lange Jahre. Man vergisst so vieles, dass man sich merken sollte. Nur was man besser vergessen sollte, das vergisst man nie. Wir hatten stets die Kontrolle. Jetzt nicht mehr. Wir haben nur noch uns selbst. Wir sind Geister. Wir kämpfen für etwas, das man uns nicht nehmen kann. Soldaten widersetzen sich ihren Feinden. Aber Geister. Verfolgen sie. Die Gister. Die Gister. Die Gister. Die Gister. Sie haben die Gister. Untertitelung des ZDF, 2020 Call of Duty Ghosts. Jetzt vorbestellen. Der Beginn einer neuen Generation.